... ... Nach der ... 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 gegen die Verrückten Einzel- und Doppelmeisterschaften 2012 in dieser wunderschönen Halle, der wir auch schon vor drei Jahren versammelt haben. Und vor allem bedanken wir uns beim Sportclub Siemensstadt für die Kooperation und dass wir diese schöne Einrichtung hier wieder benutzen können. Jetzt mal der Sportclub Siemensstadt, man nennt hier einen Treppehör, einen Filmist, der die Zeit aufgesucht werden kann, mit guten Art und preisen. Und ich bitte euch, das ist jetzt auch ein Treppehörgang, mit weitem Verlauf, keine Ecke, wenn du hast, die Schadgebühren zu bezahlen und sich die Essenbonds abzuholen. Ich habe das vorgelegt, wer ein Essen gestellt hat, kriegt so eine Art Essenbond. Und der ist dann heute Abend, bitte, vorzulegen, wenn wir ins Restaurant gehen, kein Konzertum und fertig. So, dann wünsche ich euch eine fantastische Gelegenheit und Spannung bis zum äußersten. Und dann, wenn wir jetzt los, und ich überhebe jetzt einen Applaus. Auf der beiden Seite ein herzliches Willkommen hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in dieser schönen Halle sein können, um unsere diesjährigen deutschen CWM-EK-Meisterschaften durchführen zu können. Herzlichen Dank und bitte an Hans Lose, der euch bald begrüßt hat, weil man die Heide-Modakski, die vorhin für die ganze Abwicklung zuständig war. Ich glaube, die beiden haben schon einen guten Applaus verdient. Es ist sehr erfreulich, dass so viele Spielerinnen und Spieler hier in der Halle sind. Das zeigt das große Interesse an den Meisterschaften. Besonders deutlich, dass der Spielerkampf mit wahnsinnig vielen Mannschaften wieder starten kann. Und zum Beispiel auch bei den Senioren ein sehr großes Teilnehmern gehabt haben. Das bedingt natürlich, dass wir vom Zeitplan hier das Ganze so eng stricken müssen, damit wir nicht morgen Abend um 8 Uhr noch hier da sind, sondern bereit, gleich zu haushalten. Deswegen haben wir eigentlich, und das haben wir wieder kurz, die möglichkeit unterstützt, einen Zeitplan ausgeheckt, der auch schon rausheckt. Jetzt solltet ihr das mal anschauen, denn da sehe ich mir ganz deutlich, dass wir die Dokumente schlagten mit den ersten Einzelnen in den Schülern gehabt haben. Alle anderen brauchen entsprechende Zeit, weil teilweise relativ lang, um diese wunderschöne Stadt zu erkunden. Beispielsweise die Senioren, die erst vorhin in der Welt überstanden. Oder die Damen, die Jüngen, die in 12.20 Uhr starten. Und die Mails haben noch mehr Zeit, um den Schocken zu geben. Welche starten erst in 14.00 Uhr. Ich glaube, dass wir in diesem Interview haben, der das immer mehr ausreicht, das kennt man. Da haben wir den, zum einen, der seine Zeitanlegung, zum anderen auch der Sanbricht, wo sie studiert, mit ganz viel Spaß, damit es auch nicht verstehen kann. Für den Einzelnen haben wir noch schon einige Fragen loslegen können. Wir gehen bei den Herrn und bei den Senioren im Spiel und sehen bei den Kampen ab. Das ist die Bilder bei der Einzelnen. Sehen wir, der Kamp ist doch wieder da. Okay, gut, danke. Dann überlegen wir den Einzelnen. Kommen wir bei den Herrn Wattel, ich schreibe ja aber erstes. Wir haben einen Herrn in Zweifel gelegt. Das heißt, es gibt acht Videokunden. Und nach dem Regiment, wie wir seit einem Jahr im Hafen, bis danach eine Zwischenrunde. In dieser Zwischenrunde werden die Erdämpfe der Vorrunde nicht übernommen, sodass man da wieder neu starten kann. Die beiden ersten Gegnergruppen spielen dann die Plätze 1 bis 16 auf, die von dem Viertel platzieren die Plätze 17 bis 32. Dann schließt sich der Endpunkt an, dass er in der Zwischenrunde seine Zwischenruppe übernommen wird. Überkreuz, Kaltinale, Finale. Wenn wir Zeitung Platz haben, spielen wir bis zum Platz 32 alles los. Beidegen, dann haben wir heute vorausgekommen auch ein 16 Erkenntnis. Das heißt, bei 16 Erkenntnis, die Nummer vier Führergruppen in dieser Region, die erdämpfe. Die erste Weiß sieht die Plätze 1 bis 8 aus, die wird platziert in die Plätze 9 bis 16, wieder in einen neuen Zwischenruppdrucker als der der Führergruppe, die der Führergruppe nicht übernommen werden. Dann halt Finale gekreuzt, Finale. Ähnlich sieht bei den Reden aus, nur haben die beiden Reden, das waren nur 15 Spielerinnen. Wenn das so der Fall ist, wenn sich viermal das Rechtsgrund, einmal das Rücken, vier Beine, fünfmal die Führergruppen, fünf Beine und fünfmal die Führergruppen. Das heißt, die Rechtsgrund der drei Vierer und eine Weihbette denken, das waren dann die beiden Namen. Die erste Weiß sieht die Plätze 1 bis 18 aus, und die letzte 3 und 4 dann die Plätze 9 bis 15. Bei den Jungen haben 20 Streifen, das heißt, es sind vier Führergruppen. Die erste Weiß praktiziert sich die Plätze 1 bis 18, eine Führergruppe, auch eine Erkenntnisentwicklung gegeben. Die dritte, vier Platzierten spielen die Plätze 9 bis 16 aus, auch in einer Zwischenruppe gehört, und die dritte Platzierten spielen dann Plätze 17 bis 20 aus, in einer erneute Kierbewegung. Es geht eigentlich bei den Damen und bei den Weltfeiern, die Siegerinnen und den einzelnen Zwischenruppen spielen, wie sein Spielkreuz war, Finale, Finale. Aber auch hier, wie bei jeder anderen Konkurrenz, haben wir das Ziel, möglichst alle Kätze abzunehmen. Bei den Senioren, sind wir noch nicht ganz dabei, bei den Senioren haben wir noch nicht alle Welt gemeldet, weil alle die Leute da, die sich gemeldet haben. Ich möchte jetzt vielleicht auch fragen, die Herren Börmigmann sind bei, wo an. Gut. Das gilt für die ESG, und wir sind fertig und ab. Danke. Okay, gut. Das heißt, wir haben noch bei den Senioren 25 Teilnehmer, was abzustellig kostet. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen, aber ich hätte hier oben bekommen, um nur drei Sechsergruppen und eine Siegergruppe zu machen, damit die Herren, da auch und Damen wieder dabei sind, weil die Senioren im Kampf. Mal schauen. Eine Dame. Also 24 Herren, eine Dame. dass wir da drei Sechser, eine Siegergruppe spielen, und da haben wir keine Jungsspiele in der Aufrunde, sondern wir gehen weder einfach auf der Osterbote da hoch, das müssen wir mit unserer Ereignisse mit, dass wir da halt in der D-Bank nachfällen, damit wir dann damit zu sehr in den Ereignissen. Bei den Doppelern ist es recht. Die Welt der Einzelspieler, das machen wir dann als Doppel, da bin ich dann, wenn die Herren begonnen haben, die Verantwortlichen, aus den Einzelspielbänden noch zu mir zu kommen, um abzuhören, um die Doppelzuhig gemeldet zu beziehungsweise die Wunder noch entsprechend erinnern, die wir jetzt. Endabzuhören müssen wir auch und das ist nichts, deshalb erst sagen, heute Abend, spät im Nachmittag, dass es doch 306 betrifft, wenn die anderen städte uns verboten werden. So. 306 heißt, bevorsteht, wie die... die Qualifikation von mir für die EGT-Kalent-Europa-Meister, nur nicht die Senioren, da gibt es noch keine Städte, aber wir haben das recht. Aber am Anfang ist es zu sagen, wir haben das die Läden, die zu geben, als die kühlen Jahren ein und noch als Senioren-Europa-Meister. also das gibt es bald die Seite von vor, dass wir das nicht einmal machen, die Leidenschaft. Also, Qualifikation von der Europameist-Kalent-Europa-Meister heißt, wir haben für jede Propulenz recht, und mit lang, ja, sechs Letze. Die schöpfen wir auch regelmäßig aus. Qualifikation ist eher, dass die ersten vier im Einzelnen und das letzte doppelt in der Qualifikation. Wenn jetzt aus der Korinther die Sitzel der Mutter, Gäste hier sind, heißt es, es wird ein Gäste gekauft, die Gäste ab bis fünf und sechs Prozent. Die Europameisterschaften wird im nächsten Jahr statt, um 29. und weines im 2. Juni in Wallen in Schweden. Und zwar als große Veranstaltung mit Basketball, Rollenball und Handball. Von daher müssen wir schon relativ gleich nahmen, wie das mit er war. Ich möchte gerne, bis mit den Dezenten von den Ihnen, die qualifiziert sind, dann darf die endlich die Zusage haben, ob sie mitspielen oder nicht. Also, dass die Befugstätigung Nachfrage um rum lang bringen, die Schüler, das Pech haben, in Bayern oder Rüttemberg in die Spritze gehen, Nachfrage von Mörden Leibnick, in Bayern Wachbund der Karabäle ist zumindest am Ende unser Witz wäre. Vielen Dank.